Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann will ich doch auch mal ein paar Dinge gleich mal klarstellen. Die Schuldfrage zuerst, die Sondersitzungen haben nicht wir beantragt, sondern die haben Sie beantragt, weil Sie die Fristen nicht eingehalten haben und wir auf die Frist nicht verzichtet haben. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Sie ändern hier ein Gesetz, das irgendwann mal, wie Sie sagen, unter Rot-Grün auf den Weg gebracht worden ist und nicht umgekehrt. Außerdem haben Sie zitiert aus einem Gesetzgebungsverfahren von 2004, also vor der Finanzkrise, bevor wir sozusagen alle wussten, was es für Auswirkungen hat, dass die Banken alle unterkapitalisiert sind. Dieses Gesetzgebungsverfahren ist tatsächlich in der Tat ein Musterbeispiel dafür, wie sich die Interessen der Finanzindustrie hier bahnbrechen. Im Juni diesen Jahres entscheidet der Bundesgerechtshof, dass die Praktiken der Finanzakteure, also der Banken, die mit Derivaten handeln, gegen § 104 Insolvenzrechtsverordnung verstößt. Können wir das vielleicht ein bisschen runterfahren? Das steht mir irgendwie sehr hoch. Warum? Weil Sie die Forderungen aus diesen Risikogeschäften im Insolvenzfall so miteinander verrechnen, dass praktisch keine Insolvenzforderung mehr übrig bleibt. Wir haben ja gerade gehört, es geht nicht um 3,50 Euro, es geht durchaus um Milliarden. Nach diesem BGH-Urteil, sofort, also quasi über Nacht, legt die Bundesregierung einen Entwurf zur Änderung der Rechtslage vor, damit die Banken weitermachen können wie bisher und erweitert die Norm sogar noch darüber hinaus. Nicht mal eine logische Sekunde haben die Akteure die Alternative in Betracht gezogen, sich schlicht an das geltende Recht zu halten. Als ob die systemische Finanzkrise, in der wir uns seit zehn Jahren befinden, nicht deutlich genug gemacht hätte, dass die Sorglosigkeit dieses Geschäftsbereichs genau die Ursache des ganzen Elends ist. In der Gesetzesbegründung steht dann auch noch ganz schamlos drin, dass es genau darum geht, nämlich den Großkappbanken zu ersparen, ihre Eigenkapitalquote zu erhöhen, was sie tun müssten, wenn das Insolvenzrisiko realistisch abgebildet würde. Es ist aber gerade notwendig, dass diese Eigenkapitalquoten erhöht werden, um zu verhindern, dass wieder nur die Gewinne bei den Akteuren bleiben, die Verluste aber im Ernstfall die Allgemeinheit tragen muss. Das deutsche Insolvenzrecht ist auf Gleichbehandlung aller Gläubiger ausgerichtet, und das ist auch gut so. Hier wollen einige mal wieder gleicher sein als andere, und die Bundesregierung steht gehorsam bereit. Das ist wirklich befremdlich. Wenn man auf der anderen Seite mal betrachtet, wie lange jetzt der deutsche Mittelstand auf die moderate Reform des Anfechtungsrechts wartet, das seit zwei Jahren auf Eis liegt. Für die Finanzindustrie geht es plötzlich innerhalb von drei Monaten. Und angeblich sollte ja aus beiden Gesetzen jetzt ein Paket geschnürt werden. Ja, aber warum steht jetzt doch wieder nur das Interesse der Finanze auf der Tagesordnung und nicht das des Mittelstandes? Und warum soll die zweite Lesung schon wieder zur nächtlicher Stunde zum Protokoll gereicht werden, wo das schon in der ersten Lesung so gelaufen ist? Darauf haben wir uns diesmal nicht eingelassen. Ich kann nur hoffen, dass die mediale Öffentlichkeit sich hier nicht an der Nase herumführen lässt. Sie argumentieren damit, dass es ja nicht anders geht, weil diese Regelungen doch international überall so gehandhabt werden und daher der Standort Deutschland leihen würde oder man ins englische Recht ausweicht. Ja, in der Tat. Die Finanzlobby hat ihre Sonderinteressen natürlich nicht nur hier, sondern weltweit durchsetzen können. Und weil sie dadurch jetzt in den anderen Ländern dieselben Privilegien hat, sollen wir damit erpresst werden, dass es eben nicht anders geht. Das alte Totschlagsargument, wenn wir es nicht tun, tun es die anderen. Damit werden wir die systemische Krise niemals in den Griff kriegen. Ganz im Gegenteil. Die Auswirkungen dieser Machenschaften bringt gerade unsere Welt ins Wanken. Europa fällt auseinander und ehemals stabile Demokratien stehen im Feuer der Populisten. Als demokratische Volksvertreter dürfen wir uns nicht länger erpressen lassen. Und was ist eigentlich aus der Finanztransaktionssteuer geworden? Wenn die Staaten den Auswüchsen der Finanzindustrie regulierend Einhalt gebieten will, dann ist es so mühsam, Mitstreiter zu überzeugen. Wenn aber die Finanzindustrie in einem Land nach dem anderen Privilegien zum Standard machen will, geht das immer ganz schnell. Wir Grüne machen das genau an dieser Stelle jetzt nicht mehr mit. Diesen Gesetzentwurf lehnen wir ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Katja Keul. Und der letzte Redner in der Debatte, Alexander Hoffmann für die CDU-CSU-Fraktion.